Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Pearls, The Sands of Time. Quatsch, Warrior Within. Wir spulen mal zurück. Ist ja zum Glück unsere letzte Zurückspulung. So, ich habe keine Ahnung, ob ich hier losrennen muss. Wahrscheinlich, wenn das Ding runterkommt. Ehrad funktioniert. Ich kann... Alter, das Drehen hier ist so schrecklich. Ne, so möchte ich da durch. Danke. Also besser, glaube ich, in einer festgelegten... ähm... Kamerasteuerung als so. Ne, also eine feste Plattform. Wäre, glaube ich, besser. Ich suche besser dieses Weib. Vermutlich holt sie Verstärkung. Junge. Ein Mensch. Kein Gegner für uns. Der Schlaz ist... ...abflodend. Ich muss euch... ...wenn ihr es auf einen Zweikampf anlässt. Also ein Zweikampf wäre halt auch ein Zweikampf und nicht einer mit... ...acht anderen Gegnern. Ich kann nämlich nicht mal die Kamera so drin... Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Nein, wir können nicht Freunde sein. Tut mir leid. Ich finde es schade, dass sie nicht weiterredet, während wir sich schlagen. Nein. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Doch, man haut ihn auf die Fresse, ne? Also du möchtest zumindest offensichtlich aufs Schnäuzchen... Oh, die ist echt gelenkig, möchte ich anmerken. Der Schmerz. Ich habe übrigens nichts. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Der Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl. Junge. Halt doch mal die Schnauze und verreck auch einfach mal. Halt doch mal die Schnauze und verreck auch einfach mal. Können wir nicht darüber reden? Akrobatik-Tante, Alter. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl. Es ist ein überwältigendes Gefühl. Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl. Da habe ich nicht hingelenkt. Auch da lenke ich gerade nicht hin. Nun habe ich sie in der Mitte zerschnitten Bruder. Okay, das war ein harter Fight, muss ich dazu sagen. Plus, ich kann die nicht speichern. Das ist echt nicht gut. Aber ich müsste zurück und ich habe keine Lust zurück zu laufen. Bin ich ganz ehrlich. Stangenkunde. Halte Rechtsklick gedrückt, um an der Stange zu schwingen. Und drücke dann leer, um loszulassen. Benutze den Bewegungs... Benutze den Bewegungstasten, um euch herumzudrehen und weiter zu bewegen. Ähm... Natürlich sind das W und S, die ich benutzen muss. Ich mag es, dass die Gegner sich einfach nicht so wehren. Die kann man einfach stumpf tot prügeln. Ähm... So, ich hätte gern die Waffe mit aufgehoben. Balkenkunde. Benutze den Bewegungstasten, um auf den Balken zu balancieren. Wieso können die sich teleportieren nochmal gleich? Was war das für ein Glück? Kampfkunde. Drücke links klick... Konnte ich nicht lesen. Boah, als ernsthaft? Jetzt müssen wir noch so'n Fight machen gegen so eine? Wir wissen wohl nicht, wie man fahrt. Wir wissen wohl nicht, wie man fahrt. Das ist überall nicht, wohin ich leu... äh... lenke übrigens. B? D? Ich sag euch mal, was ich drücke. S? A? D? W? ao alter. Also ich drücke immer instant in ihre Richtung, um das mal für euch kurz bildlich darzustellen. Okay. Das war's glaub ich, oder? Oh nee. Ich leb noch. Halt die Schnauze! Meine Fresse, gegen die kämpfen ist echt ein Krampf, ey. Ich hab geblockt. Ich hab nur noch einen Try. Meine Fresse, Alter. Schön in der Mitte zerteilt, ey. Boah, leckofunny, ey. Eher schöne Axt. Hier sind so Messerchen, die sind echt nützlos. Äh, wo muss ich hin? Das war nicht die Taste, die ich erwartet hab, die es ist. Okay. Auf einmal lenkt der woanders hin. Also, ne, du musst ja die ganze Zeit gegensteuern, damit... Ach, jetzt kommt die hier wieder, oder? Ist nicht dein Ernst jetzt, dass ich hier so einen Gegner kriege? Gegen den ich kaum was machen kann, oder? So, wir machen den mal kurz weg hier jetzt, bitte. Krieg ich dann so ein Ding zurück? Ehre. Krieg ich natürlich nicht, wozu auch? Okay. Jetzt kann ich... Das ist natürlich gefährlich, ne? Ich glaube, ich kann in den Vorhang, ich springe in den Vorhang und runterzugleiten, ja. Äh, warte mal. Boah, warum ist das invertiert? War es das jetzt? Hab ich das verkackt? Oder kann ich den Vorhang nochmal aufschlitzen? Weiß ich halt nicht. Ich hab mich halt nicht äh... Ich hab mich halt nicht... Bin doch nicht nochmal abgesprungen. Okay. So, nochmal jumpen. Danke. Was zum Fick, Alter? Ich konnte grad nicht einfach weiterlaufen. Okay. So... Jetzt muss ich... Mh... Darf ich nicht hingelenkt? Ich bin zu früh gesprungen. Wo darf ich laden? Übrigens ist das mit dem Spielende immer übel lange dauert, das halt auch. Eher ungeil. Ne, also... Jetzt kann ich halt legitim was machen. Und ich muss wahrscheinlich alle Kämpfe nochmal machen. Weil das Spiel sich denkt... Der ist kurzer. Das Schmutz. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hab überhaupt keine Zeit übrigens. So, da sind wir wieder. Gerade den letzten weggeklatscht. Hab ne neue Taktik gegen die... Äh... Akrobatikerin gefunden. Gegen die? Kommt näher Prinz. Ich möchte meinen Sieg auskosten. Was? Kampfkunde drückt während eines Mauerlaufs links Klick oder E. Warum sollte ich jetzt hier einen Mauerlauf machen? Kommt näher Prinz. Ich möchte meinen Sieg auskosten. Junge! Ich verstehe nicht was ich tun soll. Unterwerft euch! Was zum Fick? Okay. Das war 10 von 10 dumm. Was zum Fick war das? Ich kann euch sagen. Warum nicht? Danke, jetzt geht's. Entweder... So. Krass mal blocken. Das funktioniert alles überhaupt nicht wie ich es geplant habe. So, Schlitz. Was war das denn jetzt, Alter? Und nochmal werfen und nochmal rein schließen. Ich werfe sie übrigens immer erst mit dem Messerchen jetzt ab. Und dann kann man sie halt durch die Gegend boxen. Geh mal her. Danke. Äh... Ich hab keine Ahnung, wovon wir uns hin sollen. Ah, da! Ja, also auf jeden... Ah, das ist keine so ne Stange. Sondern das sind richtige... Okay. Die beiden gegeneinander ist jetzt natürlich unfair. Und Wurf. Und Wurf. Und Wurf. Kopf ab. Und Kopf ab. Ehre. So. Da ist jetzt ne Kischstätte drin, aber da komm ich nicht ran. Okay. Jetzt darf ich da hin, oder was? Also ich hab legitim keine Ahnung. Achja stimmt, wir wollen ja zu dem Hebel. Mir gefallen die, wenn die hier drauf sind, weil dann sind die keine Gegner. Okay. Gut. Ich hab das, äh, rein... Äh... Meine Fresse renndimensional nicht gesehen, wo der hängt. Ehre. Wenn wir jetzt hier einen Brunnen haben, ist das hier der... Das Ende für den... Ich seh nichts. Ich... Boah, Alter ist das schlecht. Ich habe springen gedrückt, aber ein bisschen zu spät glaube ich. Wohin? Ich seh nicht so viel. Ära. Okay, hier kommt kein Speicherpunkt, warum nicht? Doch da ist ein Speicherpunkt, Ära. Okay. Dann würde ich sagen, reicht es doch mal wieder für diesen Part. Ich brauche übrigens wirklich nur noch einmal anklicken. Das ist ganz angenehm im Gegensatz zum letzten Mal. Wollte ich speichern. Ja. Auf den neuen Spielstand. Leider sieht man nicht mehr, wieviel Prozent man gerade hat. Und ich hab legitim auch keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wie es hier weiter geht. Sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein und bis dahin. Tschüss.